Man kann hier duschen. Man kann hier Fernsehen. Man kann hier kochen. Man kann hier parken. Man kann hier schnell fahren. Man kann hier nicht schnell fahren. Man kann damit bezahlen. Man kann damit nicht bezahlen. Er kann die Taschen für mich tragen. Sie kann das Zimmer für mich sauber machen. Ich kann ihn für mein Zimmer bezahlen. Ich kann sie für mein Essen bezahlen. Er kann Autos reparieren. Er kann eine Karte lesen. Sie kann tanzen. Er kann sehr gut schwimmen. Man kann hier rauchen. Man kann hier nicht rauchen. Kann man hier parken? Ja. Kann man hier parken? Nein. Er kann die Tür öffnen. Er kann die Tür nicht öffnen. Sie kann sehen. Aber sie kann nicht sprechen. Sie kann nicht sehen. Sie kann jetzt nicht sprechen. Sie kann sprechen. Sie kann sprechen, aber sie spricht nicht. Er hat ein Telefon, aber er kann nicht sprechen. Er kann sprechen. Er kann sprechen. Er telefoniert jetzt. Wer kann mein Auto reparieren? Wer kann meine Bestellung aufnehmen? Wer kann meine Taschen tragen? Wer kann mir den Zimmerschlüssel geben? Kannst du die Bienen auf der Blume sehen? Kannst du das Insekt auf dem Baum sehen? Man kann keine Bienen sehen. Es ist nur eine Blume. Man kann keine Insekten sehen. Es ist nur ein Baum. Wo kann ich Aspirin kaufen? Wo kann ich Bananen kaufen? Wo kann ich U-Bahn Fahrkarten kaufen? Wo kann ich Bananen kaufen? Wo kann ich Aspirin kaufen? Wo kann ich U-Bahn Fahrkarten kaufen? Wo kann ich Bananen kaufen? Wo kann ich Aspirin kaufen? Man kann keine Insekten sehen. Es ist nur ein Baum. Man kann keine Bienen sehen. Es ist nur eine Blume. Kannst du das Insekt auf dem Baum sehen? Kannst du die Bienen auf der Blume sehen? Wer kann mir den Zimmerschlüssel geben? Wer kann meine Taschen tragen? Wer kann meine Bestellung aufnehmen? Wer kann mein Auto reparieren? Er kann sprechen. Er telefoniert jetzt. Er hat ein Telefon, aber er kann nicht sprechen. Sie kann sprechen. Sie kann sprechen, aber sie spricht nicht. Sie kann jetzt nicht sprechen. Sie kann nicht sehen. Sie kann sehen, aber sie kann nicht sprechen. Er kann die Tür nicht öffnen. Er kann die Tür öffnen. Kann man hier parken? Nein. Kann man hier parken? Ja. Man kann hier rauchen. Er kann sehr gut schwimmen. Sie kann tanzen. Er kann eine Karte lesen. Er kann Autos reparieren. Ich kann sie für mein Essen bezahlen. Ich kann ihn für mein Zimmer bezahlen. Sie kann das Zimmer für mich sauber machen. Er kann die Taschen für mich tragen. Man kann damit nicht bezahlen. Man kann damit bezahlen. Man kann hier nicht schnell fahren. Man kann hier schnell fahren. Man kann hier parken. Man kann hier kochen. Man kann hier fernsehen. Man kann hier duschen. Heute ist es.